um hallo und herzlich willkommen hier bei eurem team regnet Let's Play League of Legends mal wieder und ja mal wieder Storzer ist krass ich staune gerade über was ganz anderes was hast du nur 11 Prozent hast oder wo überstaunst du full premade Gegner Team läuft bei denen Hä? full premade Gegner Team? ist das Team Builder überhaupt möglich? ja klar ist das möglich ja sicher ist das möglich wer macht denn so was? das geht doch nicht hm naja ja ja das ist halt äh chicken wings ja wir haben irgendwie ganz schön viele AD im Team ne? hm naja wir haben auch AP Team wer wir oder die? die aber die haben irgendwie keinen Jungler ja die haben auch irgendwie keinen richtigen Supporter die haben zwei Toplaner ja du hast auch keinen Supporter ja ok aber bei uns ist das was anderes weil wir können es einfach warum hab ich eigentlich 7 AP gute Frage weil du wahrscheinlich AP Masteries hast nein ich hab keine AP ich hab die vorher extra noch gechained ich hab garantiert keine AP Masteries drinne das guck ich jetzt einfach nach das wäre verdammt ich hab das eben auf doch hab ich hast du ich hab doch eben die ADC Masteries rein getan hast du behindert 4 mal auf 1 4 mal 1,2 cooldown reduction 1 mal äh spell increase 3 mal auf äh ability power ja du bekommst gleich noch mehr nur als Info oh geil geil was 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 wir nicht zuerst mal ein ZEP Teil ne äh dein switcheroo 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 oder wie es heißt switcheroo ach mit wo ich zwischen Minigun und ja ok das kostet so oft machen wie du willst aber die Rakete kostet halt mal eine Pro ja jetzt verlust ich wie dann die äh gun klar ja die Minigun ist wirklich mini die ich hab' die sequenz until Minigun spawn haha ich hieb nicht mal in dem so rocket launcher macht mehr schaden und macht nie bei Enemies und mehr Range Enemies nil Enemies nil nicht im Bus Ja, der ist hier genau an der Ecke, an der Kante. Ein Haufen B-D. Ah ja, ich hab ja Smart Gas drinne. Ich hab ja auch Smart Gas drinne. Ja, aber mit Z ist das scheiße. Ich hab ja immer Smart Gas drinne. Ne, kommt auch schon Champ an. Einige Champs sind Smart Gas nicht gut, zum Beispiel Melfi ist Smart Gas scheiße. Wenn du dann nämlich nicht richtig klickst, dann haut's die Ulti irgendwo hin. Der Yi lag, das ist 4 gegen 5, der steht mit und macht nix. Gehst du grad deinen Tear of the Gottes auf, mit deinen Spells? Ja. Krass. Ja, Yi ist am... Ja hör auf zu pingen, Junge! Ich seh ja krass drauf hier. Wow, der war daneben. Hit. So, du spammst die voll und ich farme. Was soll jetzt aus? Hit. Und auf... Was macht die da? Die B-Nert? Schaden kassieren. Nee, fragen will ich die jetzt nicht. Ich glaub die stinkt. Äh. Ich bin ne Kneide. Ist das geil. Es wird immer besser in dieser Jego. Jetzt kommst die Jego. What? What's going on? I don't know. Really, I don't know. Brillenkochbarn heute günstig auf Mr. Specs.de hab ich gehört. Nee, Optik hab du. Immer noch. Nicht Mr. Specs.de? Nee. Ich hab Klebe vergessen, ne? Echt? Alter! Es gibt Tipps hier! Nein! Nein! Yes! Egal. Es ist ein bisschen tot. Ja, Luck ist mal heute mit uns, so. Ausnahmsweise mal. Ausnahmsweise mal. Normalerweise haben die Gegner immer so'n Luck, ne? Das soll ein Premade sein? Ja, das sind Premades. Wahrscheinlich alles nur Noobs, die grad angefangen haben. Ohne jetzt mal die Bedeutung Noob als negativ zu sehen. Du hast ja eigentlich Anfänger. Pokes ihn mal ein bisschen mit Raketen, du hast ja Vollmann. Ja, müssen wir rankommen. Oh, wow! Miss-Click! Hat niemand gesehen. Du schon wieder. Ich hab' beinah's denen, toll. Bindi. Wenn du Trinkl hat, erwart man please river. Nein, hat noch ein Viertel CD. Das... Ist... Sad. Irgendwie B-Nut? Toll. Okay. That makes sense, was die da machen, ne? So, eine Rechtseite. Wir machen ein bisschen easy-game hier dieses Mal. Da fang ich schon langsam. Ah ja, ich hab' keine Energie mehr. Puh. Leute, ist die B-Nut? Oh, mir fehlt die Energie, um mich dann nicht zu porten. Ein SA ist watching you. Do die, do die. Eben wurde die Frust ignited. Dann geht die Schavenner Solo auf dich drauf. Warum nicht? So, wenn ich meine Raketen kille, machen die mehr Range und... Was? Kommt sie schon wieder? Ja. Was finde ich denn mal am besten? Äh... Jetzt ist dein Switch and Roof voll. Ja, wie es heißt. Ist die dumm? Ja. Nein. Das ist so ein killingspree, killingspree. Das ist die... Das ist die killingspree unter meiner Passage. Ja, scheiß ich gar nicht. Ich krieg die ganze... Das ist... Who cares? Leck! Ach... Kann man da so schön. Will her warden? Ja... Man weiß ja nicht. Äh... Sie weh, ne? Ich hau hier. Ich hab auch... Ja, okay. Ich wollte das da aber egal. Ja, egal. Ja, egal. Ja, ich hätte... So komisch lehnen wir dann ein bisschen, dass du die entfangen kriegst. Sie rennt rein! Hier. Ja, jetzt. Oh Mann, nein. Oh Mann, nein. Was ist denn? Ich kann damit auf Level 6 gehen. Ja, ja. Wir sollten uns jetzt nur nicht überschätzen. Wir haben keinen... Doch, ich hab mal hier noch. Ah ja. Ich hab die Fall... Ich wollte auch healen, aber ich hab dann versiede ich auf die wollen zu bringen. Aber das hatte eh CD. Also war's egal. Ja... Ich sag dir ja, ich heal. Ja, ich wollte im gleichen Moment wollte ich auch healen. Da ist sie schon wieder. Nein, nee. Schade. Jetzt wird's eng. Wir sollten... Aufhören. Ja. Das ist genug. Ja. Finde ich auch. Fünf Kühl zum sechs Minuten ist eigentlich akzeptabel, ne? Ja, irgendwie schon. Ja, ich bin weg. So, was kaufe ich denn jetzt mal? Ich bin crazy. Ja. Ich bin crazy. 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 Ähm. Ich bin... Ich bin crazy. ist overreicht auch nicht okay nevermind Ich glaube der Fiss ist auch Mist. Ah, guck mal, wer wir hier haben. Da kommt der Fiss. LOL. Der Fail. Hab ihn getroffen. Ja, Wolti. Guck mal, der ist immer noch hier. Ich glaube, der will sein Blue. Möchten wir das? Geht der Mitte? Nein, naja doch. Lass mal den Blue machen. Die nehme ich dann, logischerweise. Ah, ich dachte, der wäre noch der zweite Mob. Ich kill die. Ist die tot? Ja. Und hier muss ich erst auslösten. Ja, ich wollte gerade mal schießen, aber da habe ich gedacht, erst fragen, dann handeln. Schau, wenn er jetzt Rage-AFK? Oh. Kommt ja, wenn er auch noch mal wieder? Ich glaube, die ist Rage-AFK, oder? Ja. Da ist nicht auf Top-Plan. Hier, bei euch auch. Mit unserem tollen Blind-Modus erkennt man eigentlich viele Sachen besser. Findest du nicht auch? Ja. Weil du ihn noch drin hast. Guck mal, ob ich die treffe. Nein, Garen, du Spaßsts. Du bist so ein Mongo, da kam ein Ulti, du One. Du bist so ein Spaß, Tee. Ja, ey, ich stelle aus meiner Ulti raus. Was ist das denn für einer? Was ist das verkehrt mit dem Jungen? Ey, die ist ja, wenn er steht, ein Sie. Ich hattet immer noch keine Items. Soll ich ihn mal auf hinweisen? Ja, ich mach ihn mal hin. Warte, ich mach das auch, Rade. Ja, dann mach du. Ja, man muss ja wenigstens fair sein zu den Anfängern. Wir haben ja auch einen gewissen Fairness-Faktor. Wir sind ja nicht, wir sind ja nicht, wir sind ja keine Verbrecher oder so. Wir sind schon so fair, um die Gegner darauf hinzuweisen, dass das so was wie Items gibt und man die auch kaufen kann. Äh, jetzt? Anscheinend hat die in den Shop noch nicht gekauft. Wo ist tatsächlich laufen? Tanks? Was heißt, was ist Tanks? Ach, der hier kauft auch nicht. Tanks? Panzer, ne? Tanks? Ach so, der denkt, der spricht auf Tanks oder so, ne? Wow. Ja, okay, mit der klau ich mich jetzt nicht. Kann ich hier nochmal ne Ulti töten? Ah, ich versuch's nicht. Ist ja immer noch hier. Wir können, du Ulti, komm, schieß mal Ulti drauf. Ja, Moment. Sauerbar. Was ist jetzt passiert? Ich hab hier. Äh, haben sie das nicht gesehen? Hast du das nicht gesehen mit dem Fist? Ne, nicht so ganz. Wenn ich mein Ulti mache, von der Position aus, lass ich ja ein Shadow hier, ne? Ich hab ja hier die Ulti auf Sevier gemacht, ne? Ich lass mein Shadow hier, der Fist kommt, macht Ulti alles hier hin, wo ich da gerade stehe, macht er alles seine Combo hin, ne? Hey, ich mach meine Ulti und geh zurück zum Shadow. Ich weiß mal, so den Himmel ist auch wenig, weil ich muss mir den Längel ziehen, wir haben uns vor 13 Minuten gespielt und stehen schon in Indra Base. Mittlerweile hat der Jinx, äh, gechanged, dass du, äh, auch durch den Inhibitor deinen Speedwaff bekommst. Okay, jetzt hab ich ein Problem. Nein. Jetzt hast du ein Problem. Ja, das könnte mein erstes Tod werden jetzt, aber komm, vielleicht bist du noch down. Ja, ja, gut Job, ne? So, die sind wir gleich. So, kauf ich die... Ja, die ist aber jetzt heavily slowed. So, rand, das hab ich IE und geh jetzt auf BT einfach drauf. Kommt die Annie und Jurape, die sind wir. Die kriegen wir auch noch der nächste. So, lass mal Top-Lane gehen jetzt. Näh, lass durch. Ja, da, ich spiele grad vor 14 Minuten, das ist doch scheiße, wenn wir jetzt schon gewinnen. Muss auch so ein bisschen, bisschen, Spaß haben auch dabei. Ja, shit happens, wa? Trin ist die KD ein bisschen pushen und so, Shywender nochmal besuchen gehen. Äh, wusste ich bei mir so also nicht, ich stehe 9-0. Ich geh dann mal die Shywender besuchen wieder. Die macht nicht, geht nicht. Kommt die weg oder töte die? Ah, okay, töte die. Käftel hat auch keine Chance, Annie auch 4-0. Die Annie steht auch schon 4-0, ach, die steht erst 4-0. Ey, das ist wie, 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 das ist. Bro, 5-4. Das ist besser als Bronco, hier endlich ist auch noch einer Base. So, jetzt geh ich mich hier gleich ein, ich nehme mich dann noch am anderen. Wir haben so verkackt, ne? Irelia, wie gut ist denn die Irelia? 3-3. Nee, 3-3-2 scheint die beste von denen zu sein. You're afraid of me? Ich fand, dann haben wir auch schon eine Ewigkeit nicht weg. Ich weiß, ich bin auch noch eine Base. Die sind alle amerikaner Base. Ey, was geht mit denen ab? Mach mal Fleece Clear once in der Base. Na, warte. Ich hab' mich tot. Du? Schau'r. Schau, dann schau, dann schau, dann war der Scheiß-Undicht drauf, dann hätte ich die Irilla gekillt und dann wäre er gewesen. Aber so habe ich den Speedchart erst zu spät bekommen und dann... Ja, Hi! Alters wurden erfunden. Wann? Ah, der Hi! Ach so! Ach! Ey, guck mal, der Hi kopf einfach in den Phantom Dancer, ohne sich nur vorstellt. Guck mal, die ganze Zeit gar nicht im Kopf, dann einfach Phantom Dancer. Ich hab' nicht. Die Charvenner kommt mittlerweile auch was, die hat aber auch schon ein bisschen AD. Wow. Und dass ich nur 3-2 stehe, ist eigentlich schon lächerlich. Ach, Kill Annie, genau. Die ist nix wert. Ich stehe schon zu dritt, auf keiner bin ich's. Jetzt bräuchte man jemanden, der grabben kann, dann könnten wir hier schön die ganzen Kills holen. Ich hab' keine Ahnung, ich hab' keine Ahnung, die Charvenner für den Freaking hoch 10. Ich glaube, ich hab' nur ein bisschen wie auf den Freakulln. Ich hab' keine Ahnung, ich hab' nur ein bisschen Schäupt, ich hab' keine Ahnung, ich hab' nur die Charvenner zu haben, einfach mal. Einmal nochmal für... einfach mal für... einfach mal für... Frage nach vorne, oder, oder, oder? 're you! Man, sonst würde auch noch ein Stück machen. Dann... dann halt, eh. Erstmal... Ja, komm, Käsi. Naja... Ja. Ich hatte kein Leben mehr, weil mein Heal war on CD, schade, egal. Mehr Luft rein! Fuck it! Du tust dich nicht unbedingt in unserer Base! Fuck it! Ich hasse für's, ich hasse diesen Jar einfach! Sie hätten mich fast wahrscheinlich in der Base getroffen. Nice, nice, nice. Ich wollte ihn eigentlich damit töten. Aber es hat nicht so ganz geklappt. Dann schauen wir uns uns hier einig. So, on-hip-dealing. Ey, die haben zehn Kills. Ich kann nicht kleben, wenn ich nicht tot bin. Das finde ich schade. Mit Verlieben hat der Pantheon. 781. Kann der Pantheon meine ulti dodgen? Bisschenweise mit der passiven. Das wäre ja mal ne Überlegung wert. Das wäre ja mal ne Überlegung wert. Das wäre ja mal ne Überlegung wert. Und dann würde ich sagen, wir sind uns im nächsten Video wieder. Hoffentlich mit genau so viel Spaß in den Backen wie in diesem Video. Und dann sag ich, bis zum nächsten Mal. Wir sind bei Team Legged. Bye-bye, adios und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.